Das Jahr 2020. Das ganze Land war im Lockdown und wir mussten etwas Neues erschaffen. Die Idee, ein Takeaway-Service, was junge Leute anspricht. Wir schraubten in zwei Tage eine Holzhütte zusammen und begannen mit dem Verkauf. Gemeinsam mit dem regionalen Fleisch aus unserer Fleischerei schlugen wir ein neues Kapitel auf. Ernestos Street Food. Jetzt im Sommer 2021 treten mein Team und ich mit unserem neuen Food Truck auf. Vielleicht sind wir auch bald in deiner Stadt. Euer Ernesto. Ciao.